Wir schauen natürlich in die Türkei, blicken in Richtung Syrien. Dort nach der verheerenden Erdbebenserie hat buchstäblich ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Wir sehen hier Luftaufnahmen, die uns live erreichen, die einen Überblick geben. In dieser Region zumindest über den Stand der Zerstörung, der einfach enorm ist. Am Boden versucht man mit schwerem Gerät, aber teilweise auch tatsächlich mit bloßen Händen in den Trümmern Überlebende der Katastrophe zu finden. Allerdings muss man auch sagen, dass mit jeder Stunde schon allein aufgrund der extrem kalten Witterungslage die Chancen für Eingeschlossene sinken. Die Behörden gehen in beiden Ländern inzwischen von mehr als 4.900 Toten und über 20.000 Verletzten aus. Den Stand der Situation vor Ort hat Perdita Heise zusammengefasst. Am Morgen dringen Einsatzkräfte durch Fenster und Spalten in die Hohlräume dieses Hauses in Adi-Jaman ein. Davor hofft diese junge Frau verzweifelt auf ein Lebenszeichen ihrer Familie. Wie hier bangen die Menschen überall im Katastrophengebiet, ob die Vermissten noch leben. Viele haben ihre Häuser verloren oder verbringen aus Angst vor Nachbeben die Nacht im Freien. Unsere Verwandten sind tot. Meine Nichte war gerade mal 17. Meine Schwägerin wurde zusammen mit ihren drei Kindern verschüttet. Und dann sind da diese Nachbeben. Wir wissen nicht, was als nächstes passiert. In Hatai kauert ein Mann auf einer Stufe, wärmt sich, wie diese Überlebenden, am offenen Feuer. Ihr Haus wurde dem Erdboden gleichgemacht und die Einsatzkräfte kommen nicht hinterher, alle Toten zu Bergen. Unter den eingestürzten Betonplatten der leblose Körper dieses Mannes. Andere Bewohner sind noch immer unter den Trümmern eingeschlossen, schlagen gegen Metall und rufen um Hilfe, um auf sich aufmerksam zu machen. Meine Eltern sind unter den Trümmern. Ich habe sie rufen hören, aber ich kann nicht zu ihnen gelangen. Ich kann ihnen nicht helfen, sagt dieser Mann unter Tränen. Auch diese Nachbarin ist am Ende ihrer Kräfte, konnte lebend aus Schutt und Steinen gerettet werden. Nun wird sie hier notdürftig medizinisch versorgt. Die Krankenhäuser in dem Katastrophengebiet sind längst überfüllt. Viele Verletzte werden deshalb zu diesem Schiff der türkischen Marine gebracht, das sie zu anderen Hafenstädten bringt. Andere werden mit Flugzeugen nach Ankara oder Istanbul ausgeflogen. Das Erdbeben hat tausende Gebäude im Süden der Türkei zerstört. Unermüdlich suchen die Einsatzkräfte in den Trümmern nach Überlebenden, denn bei eisigen Temperaturen sinken die Chancen von Stunde zu Stunde. Und ein drohender Schneesturm könnte die Lage im Katastrophengebiet noch weiter verschärfen. Schon jetzt sind tausende Such- und Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Sanitäter sowie 3500 Soldaten im Einsatz. Und am Flughafen in Istanbul warten hunderte Freiwillige darauf, ins Krisengebiet geflogen zu werden, um mit anzupacken. Auch wenn das Epizentrum des Bebens im Süden der Türkei lag, so sind doch auch im Nordwesten Syriens die Schäden immens. Doch in der von regierungskritischen Rebellen gehaltenen Region kommt die Hilfe nur schleppend an. Ein ganzer Straßenzug in der Nähe von Idlib zerstört. Inmitten des Schutz Spuren des Lebens hier vor dem Beben. Die Helfer arbeiten sich behutsam zu den Verschütteten vor, die hier lebend begraben wurden. Doch viel zu vielen können sie nicht mehr helfen. Und die Weltgesundheitsorganisation hat vor wenigen Augenblicken bekannt gegeben, dass ihren Schätzungen zufolge 23 Millionen Menschen potenziell von den Beben in der Türkei und in Syrien betroffen sind. Und wir schauen weiter zu Marion Senka direkt in Istanbul. Marion, was ist im Moment das größte Problem für all die Hilfskräfte aus der Türkei, aber auch die, die aus anderen Ländern eingeflogen kommen, mit schwerem Gerät zum Teil, um überhaupt dorthin zu kommen, wo sie gebraucht werden? Das größte Problem ist ganz klar die Struktur. Das ist einmal die Infrastruktur. Viele, die jetzt noch einreisen wollen und in die Gebiete eben wollen, umzuhelfen, kommen nur schwer voran oder kommen gar nicht mehr dahin. Also viele Inlandsflüge wurden gestrichen. Der Flughafen in Hatte ist immer noch nicht wieder befliegbar. Die Landebahn ist kaputt. Viele Straßen sind immer noch gesperrt, sind kaputt. Also es gibt zwar Umleitungen, aber der Weg ist dann eben sehr lang und man kommt auch in anderen Flughäfen. Zum Teil heißt es, dass man dort nicht ankommt. Das heißt, sehr, sehr viele Regionen sind einfach abgeschnitten. Die Bürgermeisterin von Gaziantep, ganz im Süden der Türkei, hat jetzt gerade gesagt, dass bei ihr eine Region mit 60.000 Einwohnern, die es so zerstört, die gibt es quasi gar nicht mehr. Und hier werden so langsam auch Rufe laut, dass eben, ja, dass das die Koordination einheitlicher laufen müsste. Denn es sind sechs bis sieben Provinzen betroffen vom Erdbeben, von den Erdbeben. Und die Koordination läuft dort, was man hört, nicht einheitlich. Man weiß nicht, viele Helfer wissen nicht genau, wen sie sich jetzt wenden sollen, wo sie Sachen hinliefern sollen, wie die verteilt werden, etc. Und in solchen Situationen ruft man in der Türkei immer nach dem Militär, einfach weil die ja mehr die Strukturen dafür haben, weil die auch durch Überwege kommen können, wo normale Lastwagen nicht herkommen können. Die haben auch oder hatten bis vor zehn Jahren, das wurde ungefähr zehn Jahre, das wurde dann abgeschöpft in der Regierung Erdogan, und auch Militärärzte, die die nötige Versorgungsstrukturen haben. Die gibt es jetzt alle nicht mehr, es sind sehr wenige Soldaten im Einsatz. Und das, ja, bestätigt, also das hilft natürlich dem Strukturproblem gar nicht. Und das ist so die größte Hürde, mit der die ansonsten, es sollen 12.000 Freiwilligen und Helfer sein, mit der sie jetzt konfrontiert sind. Wie sind die Wetterverhältnisse in der Region im Moment? Die Wetterverhältnisse sind nach wie vor schlecht, zum Teil sogar schlecht, dass, gestern hatten wir etwas weniger Schnee, jetzt kommen viele Bilder eben mit, Schneemeteorologen warnen auch davor, dass es noch einen Schneesturm geben kann. Es ist also eisig kalt, die Wärmevorräte sollen zum Teil auch zu Neige gehen. Also viele Menschen harren einfach in ihren Autos aus, lassen die Autos da mit Benzin laufen. Manche Tankstellen wurden schon rationiert, das heißt, da gibt es dann auch weniger Nachschub. Und zeitgleich fällt eben mehr Schnee, es kann auch zu Sturm kommen. Wir haben dann an einer Stelle in Iskenderun zum Beispiel, in der Nähe von Hatay, da gibt es immer noch ein Feuer im Hafen. Das muss zeitgleich auch nochmal gelöscht werden. Also wir haben einerseits eises Kälte und andererseits eben auch Stellen, an denen noch Feuer brennen. Marion, danke schön für diese ganz aktuellen Schilderungen. Ja, man muss ehrlicherweise sagen, der Fokus von Berichterstattung und auch Erdbebenhilfe liegt derzeit besonders auf der Türkei. Aber auch in Syrien sind hunderttausende Menschen betroffen, weil ihre Häuser eingestürzt sind, sie von der Versorgung abgeschnitten wurden. Erschwerend kommt hinzu, dass einige Gebiete weiterhin umkämpft sind, Hilfe also schwierig zu organisieren oder auch dorthin zu transportieren ist. Twitter-Bilder aus dem von Rebellen kontrollierten Idlib. Presslufthammer rattern, um die Betonplatten zu zerkleinern. Kinder und Kleinkinder werden geborgen. Das Schicksal der Eltern ist ungewiss. Mindestens 1500 Tote gibt es, sagen die Rettungsorganisation Weishelme und das Gesundheitsministerium in Damaskus. Dort bittet man die UN um Hilfe. Die Arabische Republik Syrien hat heute Morgen an alle Mitglieder der Vereinten Nationen, das UN-Sekretariat und die internationalen humanitären Partner, das Internationale Rote Kreuz, appelliert, Syrien beim Rettungsprozess und auch bei der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten zu helfen, Unterkünfte und Lebensmittelversorgung für Menschen in verschiedenen Städten Syriens zu organisieren. Dazu gehört die Großstadt Aleppo. Geschunden durch jahrelangen Bürgerkrieg hat das Beben bisher verschonte Stadtteile schwer getroffen. Angaben über die Situation in den Rebellengebieten dagegen sind rar. Im Nordwesten kontrollieren verschiedene, teilweise verfeindete Gruppen und die türkische Armee betroffene Landstriche. Partner berichten, dass ihre Büros und Lager beschädigt und Krankenhäuser bereits überfordert sind. Es besteht ein dringender Bedarf an Zelten und Non-Food-Artikeln, insbesondere Decken, Heizmaterial, Kocher und Plastikplanen. Wir beobachten zusammen mit unseren humanitären Partnern die Situation vor Ort, trotz der Stromknappheit und chronischen Unterbrechungen der Telekommunikation. Bisher schon versorgte die UN 2,7 Millionen Syrer in den Rebellengebieten mit dem Notwendigsten. Nun ist ein weiterer Kraftakt nötig. Wir wollen uns nochmal einen Überblick verschaffen über all die vielen Details, die es da mittlerweile schon gibt. Jan Friedrich Funk jetzt hier im Studio. Ich grüße dich, guten Morgen. Lass uns vielleicht das Ganze nochmal ordentlich geografisch auch einordnen. Ja, das Problem an der Sache ist, es gab ja nicht nur ein Beben, sondern ganz viele Beben. Und wir haben dann drei größere rausgegriffen und haben nochmal angeschaut, wo die sind. Das war nämlich einmal in einer Stadt zwei hintereinander mit ein paar Stunden Abstand. Das werden wir gleich sehen. Und dann auch noch in einer anderen Stadt. Also wir hier Karaman Maras. Dort ist in der Nacht, hat es einmal gebebt und ungefähr sechs, sieben Stunden später ein zweites Mal das Problem war. Viele sind eben dann schon wieder in ihre Häuser gegangen und haben dann das zweite Beben nicht, vielleicht nicht überlebt oder sind erst beim zweiten Beben verschüttet, verschüttet worden. Zwischendrin gab es bei der Stadt Gaziantep eben auch nochmal ein starkes Beben. Und diese ganze Region hier unten im Südosten der Türkei hin bis Diakabakir oder auch bis Idlib in Syrien ist jetzt betroffen. Und viele Menschen rufen nach Hilfe. Natürlich klopfen sie auch da, haben wir ein paar Videos mitgebracht. Sie klopfen, sie rufen, aber zum Teil machen sie das auch so, dass sie sich selber filmen, wie wir gleich sehen werden an einigen Beispielen. Und dass sie selber dann auch innerhalb dieser Videos nach Hilfe rufen. Diese Frau zum Beispiel, da wird gerufen, ja, wir sind verschüttet, wir brauchen Hilfe, wir können uns hier nicht mehr bewegen. Wir sind eingeschüttet in unserem Wohnzimmer. Hier zum Beispiel eine ganze Familie, die versuchen sich mit bloßen Händen direkt jetzt auszugraben und sich mit bloßen Händen zu retten. Und auch hier dieser junge Mann, der ruft nach seiner Mutter und fragt, wo bist du, wo bist du, wir finden dich nicht mehr, ich finde dich nicht mehr, sagt dann, wir sind hier in diesem Haus, in dieser Stadt. Und auch hier zum Beispiel ist eine ganze Familie eingegraben. Man sieht es an diesen Bildern, die Menschen sind verzweifelt. Man hört tatsächlich auch ihre Schrei und ihre Panik. Ein anderer ist ganz ruhig, der sagt zum Beispiel, ja, ich bin in diesem Haus, wir sind verschüttet, wir sind im siebten Stock, in der siebten Etage, aber hier läuft jetzt Wasser ins Haus, bitte helft uns. Also da sieht man diese Bilder, die dann eben auch über die Welt gehen, auch von den Opfern dann tatsächlich selber, die wirklich Panik verbreiten, die dann sagen, wir müssen hier raus, klopfen reicht uns nicht. Und diese Bilder erreichen uns dann eben auch, wie eben die Leute wirklich verschüttet sind und sich selber dann auch filmen, um um Hilfe zu rufen. Aber unter Umständen ist das auch eine Möglichkeit, dass die Hilfstrupps sie eben dadurch leichter und schneller finden. Danke für den Moment. Die Hilfsorganisation Ein Herz für Kinder unterstützt die vom Erdbeben betroffenen Kinder, stellt eine Million Euro Soforthilfe bereit, wenn sie die Organisation auch unterstützen wollen. Unter der eingeblendeten IBAN-Nummer und mit dem Verwendungszweck Erdbeben Türkei und Syrien können sie den Betroffenen mit einer Geldspende helfen. Unter der eingeblendeten IBAN-Nummer und mit dem Verwendungszweck Erdbeben Türkei und Syrien können sie den Betroffenen mit einem neuen Euro Soforthilfe erdbeben. Unter der eingeblendeten IBAN-Nummer und mit dem Verwendungszweck Erdbeben Türkei und Syrien können sie den Betroffenen mit einem neuen Euro Soforthilfe erdbeben.